. BR 2018 Zu Fuß gehen ist zu langsam, auf dem Fahrrad wird man nass. Ein Pferd, das wär der Hammer, doch in der Stadt, da gibt's kein Gras. Für alles mit nem Motor braucht man Führerschein. Selbst für das allerkeinste Auto, bin ich noch zu klein. Ich nehm die Straßenbahn, ich nehm die Straßenbahn, weil ein Flugzeug bei uns nicht laden kann. Und ein Zeppelin, und ein Zeppelin, der bleibt an jedem Schornstein hängen. Auch ein Segelschiff, auch ein Segelschiff, legt normalerweise nicht an der heutigen Stelle an. Darum nähe ich halt, was da angewimmelt kommt. Und das ist die Straßenbahn. BR 2018 BR 2018 BR 2018 Ich mag all die Geräusche, sie zischt, sie quietscht, sie rattert. Als wäre sie lebendig, wenn sie durch die Kurven klappert. Wie ein Drache aus Metall, der Dauer Menschen frisst. Doch es guckt alles wieder aus, weil er nicht hungrig ist. Ich nehm die Straßenbahn, ich nehm die Straßenbahn, weil ein Flugzeug bei uns nicht landen kann. Und ein Zeppelin, und ein Zeppelin, der bleibt an jedem Schornstein hängen. Auch ein Seegeschiff, auch ein Seegeschiff, legt normalerweise nicht an der Haltestelle an. Darum nehme ich halt, was da angebimmelt kommt, und das ist die Straßenbahn. Bimmel, 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 so macht die Straßenbahn. Bimmel, 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 und manchmal hält sie an. Bimmel, 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 jetzt ist die Freude groß, nun fährt sie wieder los. Ich nehm die Straßenbahn, ich nehm die Straßenbahn, weil ein Flugzeug bei uns nicht landen kann. Und ein Zeppelin, und ein Zeppelin, der bleibt an jedem Schornstein hängen. Auch ein Seegeschiff, auch ein Seegeschiff, legt normalerweise nicht an der Haltestelle an. Darum nehme ich halt, was da angebimmelt kommt, und das ist die Straßenbahn. Ich nehm die Straßenbahn, ich nehm die Straßenbahn, weil ein Flugzeug bei uns nicht landen kann. Und ein Zeppelin, und ein Zeppelin, der bleibt an jedem Schornstein hängen. Auch ein Seegeschiff, auch ein Seegeschiff, legt normalerweise nicht an der Haltestelle an. Darum nehme ich halt, was da angebimmelt kommt, und das ist die Straßenbahn.